Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heuer im Frühling habe ich ja mal diese Podcast Edition gestartet und dann aber nie wieder weiter gemacht. Ich glaube, Podcast ist doch nicht so ganz das Richtige für mich, weil eigentlich stehe ich mehr auf bewegte Bilder und ganz schön viel Action. Nachdem heuer aber doch echt einiges passiert ist und nicht alles nur schön war, dachte ich, ich kläre euch einfach mal auf, was so passiert ist. Denn diese Podcast Edition habe ich damals dann mit dem Bus eigentlich mehr oder weniger geendet, wo ich gesagt habe, ja, wir fahren jetzt mit dem Nugget, der so wie der damals von meinem Papa war, nur innen geschrumpft und jetzt haben wir aber schon ein neues Wohnmobil, also einen neuen Camper bestellt. Das war der Nugget, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Ich mache das jetzt absichtlich so, weil ich habe mir das bei anderen YouTubern angeschaut und ich finde es eigentlich sehr sympathisch, das bisschen wie wenn man zusammen am Lagerfeuer sitzen würde, nur dass ich leider kein Lagerfeuer oder gar Kamin hätte. Aber gut, ich bin eh so viel unterwegs, eigentlich ist meine Wohnung schon etwas zu groß für mich. Das war dann auf jeden Fall der neue Bus. Dazu gibt es ja auch ein eigenes Einführungsvideo, also wenn ihr über so einen nachdenkt, sucht gerne mal im Kanal. Ich denke auch vielleicht dran, das zu verlinken. Den habe ich ja in H. beim Markus Zyno gekauft. Und da muss ich sagen, bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit dem ganzen Service, der Beratung und dergleichen. Das ist super toll. Allerdings hat sich der Bus nicht als ganz so tauglich für mich erwiesen. Irgendwie bin ich damit nicht so warm geworden, wie ich mir das vorher gestellt hatte. Mit dem Nugget, da war ich ein Herz und eine Seele. Ich holte noch ein bisschen mehr Platz. Und bei dem Knaus war das dann irgendwie anders. Ich habe mich so ein bisschen, ja, fast wie so Lagerkollermäßig gefühlt. Die Sitzgruppe ist anders. Also sicher macht der Gewohnheit, weil es gibt ja genug Leute, die da Vollzeit drin leben. Aber irgendwie war es für mich nicht so ganz das Richtige. Eines der Highlights war jedoch, als wir in, ja, dazwischen Italien und Slowenien zu so einem Bach runterfahren konnten. Das geht vermutlich mit meinem jetzigen Wohnmobil leider nicht mehr. Aber dafür fühle ich mich da drin einfach wohler. Darum soll es jetzt aber erstmal gar nicht gehen. Ich wollte neben so ein paar Saison-Highlights heuer, es war ja nicht nur alles schlecht, es war ja auch genug Gutes dabei, einfach erzählen, was dann eigentlich mit meinen Wohnmobilen passiert ist und wie ich zum jetzigen gekommen bin. Saison-Highlight nebenbei war aber natürlich auch absolut die Transalp. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich auch. Ich fahre die ja gerne in der Tracht. Das hat sich einfach über die Jahre hin so ergeben. Und ja, es ist einfach dieser Extraspaß, dass die Leute so ein bisschen überfordert sind mit dem, was ich da eigentlich mache, wenn ich vorbeikomme. Diesmal bin ich allerdings auch zwei Tage ohne Dirndl gefahren, weil ich einfach ganz schön erkältet war. Und ja, letztlich zählt natürlich trotzdem das Durchkommen. Ein bisschen härter ist es schon in Tracht, aber auch einfach witziger. Und ja, neben einfach nur krassen Sport-Events, Highlights, war ich auch so ein bisschen unterwegs mit dem Bus. Das war zum Beispiel in der Nähe von Venedig. Dann beim Durchschauen der Bilder ist mir auch noch aufgefallen, einige haben geschrieben, ich bin zu viel am Gardasee. Ich finde die Region dort aber wirklich genial. Geheimtipp allerdings vielleicht auch der Idrosee. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Und da gibt es richtig coole Trails, wo man wirklich genialen Seeblick hat. Und es ist nicht ganz so viel los, kommt mir vor. Dann habe ich euch noch ein paar Bilder vom Knausi eben rausgesucht, weil das war schon auch ein richtig, richtig cooles Mobil. Ich finde den nach wie vor auch super schön. Nur ich bin einfach eben, wie gesagt, nicht ganz so warm geworden. Hier hatten wir einen mega Platz am Ledrosee. Und dann kommt es auch schon. Jetzt kommen die Sachen, die nicht so schön sind. Ja, ich hatte den Knaus dann schon verkauft an einen Mann, Familienvater, Daniel aus Hamburg eigentlich. Der hat sich schon einen Kredit geschnappt und die Übergabe war schon vereinbart. Und alles war dingfest. Also ich hätte mich so oder so vom Knaus getrennt. Und dann, ja, wirklich nur zwei, drei Tage vor dieser Übergabe, Autounfall in der Schweiz. Mir ist ein LKW hinten drauf gefahren. Und ja, leider sah der dann so aus. Also wirklich alles andere als schön. Und da kommen jetzt noch ein paar mehr Bilder. Also hier denkt man vielleicht noch, ja, okay, von der Seite sieht es schon schlimmer aus. Und das hat sich wirklich hier die ganze Karosserie verbeult. Also bis vorgezogen zur Fahrertüre im Endeffekt. Also so richtig, richtig ätzend. Ja. Und das Doofe war, dieses andere Mobil, was ihr jetzt noch gesehen habt, das hatte ich schon mehr oder weniger mir ins Auge gefasst und nicht endgültig bestellt. Aber da war ich schon in den letzten Verhandlungsgesprächen. Weil der Knaus war ja eigentlich schon verkauft. Und ich hätte nur darauf gewartet, dass der tatsächlich weg ist. Man weiß ja nie, was passiert. Und dann wollte ich den Vertrag für das Neue unterschreiben. Das wäre wirklich fließend gegangen. Alles so, puh, hintereinander, perfekt. Besser hätte es gar nicht sein können. Und dann kam eben dieser Kackunfall, sag ich mal. Seitdem, ja, ist immer noch nicht ganz klar, wer jetzt tatsächlich schuld ist. Da warte ich noch auf die Freigabe von der gegnerischen Versicherung. Und das ist mega ätzend. Das beschäftigt mich echt irgendwo jeden Tag. Und das hat mir auch echt ein paar schlaflose Nächte gekostet, dann zu überlegen, soll ich jetzt trotzdem am Kauf von dem neuen Wohnmobil festhalten. Wo ich natürlich auch schon alle rebellisch gemacht habe. Unter anderem meinen kleinen Spatz. Ich meine, klar, dem ist es wurscht. Hauptsache irgendwie, Mama ist glücklich. Der ist noch recht klein mit seinen gerade mal vier Jahren. Und trotzdem, ich habe das natürlich in meinem Kopf ausgemalt, was wir alles für Abenteuer erleben werden. Und wie gut das wird. Und ich wollte es einfach unbedingt. Und dann, je mehr Leute man redet, desto mehr verschiedene Meinungen kriegt man. Und das war echt sehr ausgewogen zwischen, ja klar, machst du auf jeden Fall. Camper ist in einem Moment eh voll viel wert. Da kannst du gar nichts falsch machen. Bis auch zu, boah, nein, so viel Kapital binden. Warte, bis das eine abgeschlossen ist. Was sicher vernünftig gewesen wäre. Aber ich habe natürlich nicht gewartet. Und dementsprechend habe ich dann den Ahorn mir geschnappt. Und ja, also ich finde von außen, klar ist der nicht ganz so sportlich, wie es der Knaus war. Aber ich bin sofort warm geworden. Von innen haben wir uns da so eine Dino-Höhle für meinen kleinen Spatz eingerichtet. Und mit 5,99 Meter, also knapp 6 Metern, ist der einfach perfekt. Ich habe eine Bike-Garage. Wir haben zwei getrennte Schlafplätze, aber dazu gibt es ja eh eigene Videos. Hier, das wollte ich euch nur zeigen, eins der Highlights. Die Leute schrecken immer, wenn ich sage, Trittboot fahren. Aber wenn man zum Beispiel Trittboot ausleiht am Gardasee und in so Häfen reinfährt, dann macht es voll Spaß. Und dann vielleicht noch ein Eiskauf. Und das sind so Sachen, an die denkt keiner. Da denkt man sich, oh, das ist für Kinder. Ja klar, aber kann auch für Erwachsene echt Riesenspaß machen. Man muss nur ein bisschen verrückter sein als der Durchschnitt. Und dann erlebt man auch die genialsten Abenteuer bei den normalsten Sachen. Also das ist mein Tipp für euch. Macht einfach, scheißt euch nichts. Und im schlimmsten Fall geht es rückwärts wieder zurück. Und ja, dann ist auch nichts passiert. Also einfach machen ist meistens echt gut. Ja, dann hier noch die Lichterkette. Die ist nicht so wunderschön, ich gebe es zu. Aber die liebt meinen kleiner Spatz sehr. Und Highlight für mich natürlich auch immer noch die Wiesen. Da sind wir am Teufelsrad. Mein Kleiner ist zum ersten Mal so richtig gefahren. Der saß als Baby schon drauf, aber da ist die Scheibe nicht gefahren. Im Wohnmobil richte ich mich sogar her zur Wiesen. Und dann ja noch eins der nicht so schönen Dinger. Ja, deswegen vielleicht so ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gar nicht so schlecht, falls man Kinder hat. Ich habe das nicht gemacht, zu meiner Schande. Ich dachte, ja, ja, der ist eh für den mal nie krank. Und dann war ich im Türkei-Urlaub. Und auf einmal sagt er, Mama, ich kann gar nicht husten. Mitten in der Nacht wächst er mich extra auf. Mein erster Gedanke, oh, das Böse ist so, man, der hustet halt nicht. Ich habe auch schon geschlafen. Und dann habe ich natürlich gecheckt, so, boah, ich glaube, er kann nicht richtig atmen. Und ja, dann alles Mögliche auf die Schnelle ausprobiert. Halt Ärmchen hoch, irgendwie einen Schluck trinken, raus auf den Balkon. Hat alles gefühlt nichts geholfen. Zack, ab ins Krankenhaus. Und das sind dann diese Momente, wo alles andere einfach egal ist. Hauptsache, es wird wieder gut. Und auch hier in der Weihnachtszeit vielleicht nochmal die Erinnerung. Sachen sind super toll. Ich liebe Sachen. Ich habe mir gerade eine neue Kaffeemaschine gekauft. Aber Gesundheit geht vor allem. Und wenn da irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, dann ist alles andere echt total nebensächlich. Und deswegen Dankbarkeit. Also vielleicht einfach dankbar sein für das, was man hat, für das, was man haben darf. Für, ja, auch die kleinen Dinge. Und das so ein bisschen wertschätzen. Und ich glaube, eigentlich mache ich das. Aber trotzdem, glaube ich, kann das fast jeder von uns noch ein bisschen mehr machen. Und das ist so ein Anstoß, wo ich definitiv mich auch erinnern möchte und das anstrebe. Weil, ja, auch mit dem Bus zum Beispiel, alles mega gut, alles geplant. Aber man kann nicht in die Zukunft schauen. Man weiß nie, was passiert. Und dementsprechend eben einfach es nehmen, wie es kommt. Und das Beste draus machen, würde ich sagen. Und damit möchte ich auch abschließen. Ich habe Weihnachtsdeko in den Bus gebracht. Nein, ich habe noch eine, eine Sache. Genau, das war sehr idyllisch. Aber dann ist mir noch was passiert. Und, ähm, unter dem ganzen Scheiß, wo ihr jetzt wisst, mit Unfall und so, ist es noch ein bisschen härter für mich gewesen als gedacht. Aber erst noch ein schönes Bild. Äh, Kristallhütte mit den Bikes. Noch vor eigentlicher Saisoneröffnung. Auch immer richtig cool. Und mein Kleiner beim Skifahren. Dazu kommt aber ein eigenes Video. Der hat tatsächlich jetzt in zwei Tagen so richtig Skifahren gelernt. Ja. Jetzt noch zum letzten negativen Ding. Also ich war einfach nur an der Straße geparkt. Also ich habe einfach nur an der Straße geparkt. Und jetzt habe ich mein Dings zugemacht. Also der steht gut. Es ist nichts passiert. Der hat Luft in den Reifen. Aber das ist alles eine extrem ekelhaft klebrige Flüssigkeit. Und ich kann es mir halt anzubauen. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, was das soll. Hier habe ich es gecheckt, weil der Kopf geklebt. Und dann hat jemand Kleber über das Wohnmobil gekippt. Ähm, ich habe einfach nur offiziell geparkt. Also halt klar am Straßenrand, aber im Wohngebiet. Also da darf man parken. Das wird halt jemandem nicht gefallen haben, könnte ich mir vorstellen. Bitte, wenn euch ein Wohnmobil stört, dann klebt einen Zettel drauf. Schreibt hin, bitte woanders parken. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber doch nichts kaputt machen. Also ich, da war einfach überall wie so ein Harz drauf. Das ist so verklebt. Schau mal, obwohl ich jetzt schon ein Zeug drauf geschmiert habe. Alles ist so verklebt. Ich meine, wieso macht man denn so was? Überall. Das ist nur der Anfang. Und das kann einen halt echt komplett stressen. Also jetzt, wenn ich es mir so anschaue, denke ich mir auch, ja, mein Gott, kann man putzen. Aber in dem Moment, wenn man das wirklich versucht abzumachen und wie beim süßen Brei das immer mehr und nicht weniger wird und man nicht weiß, was für Schäden das tatsächlich nachträglich noch anrichten kann, dann ist das einfach ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Und deswegen, bitte, bitte, denkt nach, bevor ihr irgendeinen Mist macht. Jeder ärgert sich mal. Aber vielleicht kann man das irgendwie regeln, ohne gleich großen Ärger bei dem anderen zu schaffen. Also einfach mal mit Redenzettelchen, was weiß ich. Und wenn die Leute dann gar nicht reagieren, dann kann ich den großen, großen Ärger verstehen. Aber erstmal vorwarnen wäre zumindest definitiv angebracht, würde ich mal sagen. Und ja, niemand sagt sowas gerne. Auch ich nicht. Irgendwie ist das doch peinlich. Und andererseits denke ich mir, ja, aber das ist das wahre Leben. Und in den Videos, in den Vlogs, da ist es eh immer schön, weil das sind die Tage, die man sich ja raussucht, wo man geile Sachen erlebt, wo man euch mitnimmt. Und so soll das auch sein. Nur nicht alles läuft immer ganz, ganz rund. Und auch wenn es so toll aussieht nach außen. Und es ist ja auch toll. Ich meine, ich hatte heuer zwei eigene Busse. Aber dann muss es nicht bedeuten, dass alles rund läuft und alles, alles super schön ist. Sondern das kann auch bedeuten, dass da ganz schön viel Chaos im Hintergrund herrscht. Und ja, man einfach trotzdem schauen muss, wie es weitergeht. Und das vielleicht noch so ganz abschließend. Also diese Wohnmobile sind von meinem eigenen Geld gekauft. Das hat großartig nicht viel mit dem Vlog zu tun. Ich teile es aber einfach gerne, weil man sich daheimisch fühlt, weil das Spaß macht, weil das irgendwo Lebensgefühl ist. Und so wie ich jetzt hier in der Wohnung sitze, sitze ich sonst halt auch viel im Wohnmobil oder fahre im Wohnmobil. Und das ist einfach nur super schön. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, entschuldigung, dass jetzt immer noch was kommt. Nachdem ich die Story auf Instagram geteilt hatte, eigentlich vor allem, um ein bisschen aufzurütteln und vielleicht zu sehen, ob das noch jemand anders passiert ist, der vielleicht weiß, was man machen kann, habe ich ganz viele liebe Nachrichten, Tipps bekommen, was ich tun kann. Aber sogar auch eine Thermoskanne und ein Glühwein als Aufmunterung. Und dann noch von der Reinigungsfirma Nehe Regensburg das Angebot, dass die mir helfen können. Da werde ich noch drauf zukommen, voraussichtlich. Und dann zeige ich euch, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Da bin ich selber sehr gespannt, weil es ist zwar jetzt besser, ich habe mir echt große Mühe gegeben beim Putzen und bin sogar durch so eine LKW-Waschanlage beim Sedlmayr in München für über 60 Euro durchgefahren. Aber es ist trotzdem nicht ganz sauber geworden. Und dementsprechend mal sehen, was die Wundermittelchen dann noch so vollbringen können. Ich bin jetzt guter Dinge, dass das alles wieder wird. In dem Sinne, lasst euch nicht länger voll labern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes, weniger Action als sonst und trotzdem ein paar, ja, ehrliche Worte, würde ich sagen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, eine tolle Weihnachtszeit. Ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren Videos treu bleibt. Und ja, demnächst, oder besser gesagt, kommenden Donnerstag schon, kommt ein cooles Video, wie mein Kleiner eben in nur zwei Tagen Skifahren lernt, aber auch von Sölden, wo es schön ist, was wir so erlebt haben. Einfach so ein bisschen kommt mit uns mit. Ja, ich weiß, es ist Skifahren. Mehr von euch stehen auf Balken als auf Skifahren. Mein Herzchen schlägt für beides. Also ich liebe Skifahren und ich liebe Balken und ja, die Natur einfach draußen sein und natürlich gute Zeiten erleben zu dürfen. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!